So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hatte eben gerade schon mal aufgenommen und da gab es aber leider so ein kleines Sessiones-Problemchen. Also die Töne hier von Minecraft, also Geräusche, waren nicht mehr da. Ja, also ja, ich hab ein bisschen da rumgeredet, ein bisschen rumgetan und ein bisschen noch Eisen abgebaut. Und dann, ja, wollte ich auch so ein bisschen erzählen, wie der Creeper hier kaputt geht. Ne, also, ähm, ja, das Spiel ist jetzt geupdatet. 1.3. Hier, äh, soll... Was wollte ich sagen? Also ja, wie gesagt, wenn man jetzt, ähm, ja, was heißt, wie gesagt, hab ich euch ja jetzt eigentlich noch nicht gesagt. Also, ähm, ja, wenn man jetzt Rohstoffe abbaut, bekommt man ja EP-Punkte, beziehungsweise XP-Punkte. Und, ja, äh, außer bei, ähm, Eisen und Gold. Und, war da noch was? Ich weiß jetzt nicht. Äh, die, da bekommt man erst, wenn man, äh, die einschmelzt. Und dann, ähm, wollte ich hier eigentlich, ähm, noch ein bisschen... Ja, was wollte ich machen? Also, ich hatte lange, wirklich sehr lange jetzt, äh, nicht mehr aufgenommen. Und, dann dachte ich mir, nimmst du auch mal ein bisschen länger auf, weil, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Gag war oder so. Weil, äh, letztens, wo ich mein Infovideo hochgeladen hab, also, ja, gestern, da, äh, stand dann da so, ja, äh, du, herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt länger als 15 Minuten Videos hochladen und ich, yeah, und dann, ähm, wollte ich das mal ausprobieren. Und, äh, die Monster kommen von da oben, von diesem Loch. Und, der Creeper gibt echt nicht auf. Aber die Spinne, ähm, will ich erst mal töten. Komm, spring. Bring. Dann springe ich, äh, ach, egal. Dann, weil ich denke, als hier ist irgendwo da ein Loch, dann springt es. Guck, noch ein Creeper, also, hier gibt es, scheiße. Fieh, der Creeper. Gut, danke. Äh, ja, die Spinne wird da rüberlaufen. Und versuche mich umzubringen. Äh, ja. Wie gesagt, 1.3, was ist hier so ein bisschen neu? Habe ich ja auch ein bisschen erwähnt in dem Infovideo. Wenn ihr das jetzt nicht gesagt, äh, gesehen habt, dann sage ich das jetzt nochmal so. Also, mehr Zaubertränke und bla bla bla. Ja, Mann, die Spinne nervt. Naja, ähm, ich spiele momentan auch noch im normalen Minecraft-Look. Ja, es gibt ja noch nicht so sehr viel Auswahl. Und, ähm, ich bin ja auch selber dran an meinem Texture-Pack. Und, ja, deswegen spiele ich erstmal so lang. Das kann auch noch eine Weile dauern. Soviel sei gesagt, wegen der Schule jetzt. Das dauert dann, habe ich weniger Zeit dafür. Heißt, ich kann das eigentlich nur am Wochenende machen. Und ich bin grad hier, wo die immer hinfallen. Scheiße. Da ist dieses verdammte Loch. Da, nein, nein, wo bist du? Komm her. So, danke. Oder bitte. Und das verdammte Loch hier. Muss ich jetzt zumachen. Scheiße. Moment, da mach ich das nicht so. Komm schon. Ich baue mir hier etwas hoch. So geht das nicht. Und da kann ich auch nicht hochspringen. Intelligent. So, aber jetzt. Komm schon. Boah. Okay. Jetzt hoffe ich, dass hier nichts runterfällt. Solange ich hier bin. So. Da hin, da hin. Hier hin. So. Da kommt das jetzt her. Dann da hinten. Noch was hin. Dann wäre das auch geklärt. Dann. Da hinten ist ein Skelett und ein Zombie. Komm, begrüßen wir die. Oh. Sind die da oben? Blöde Männer. Mach mir. Was machen wir? Ich will hier raus. Ich will raus. Hier. Ja. Das Loch. Das, das Loch. Das Loch. Lass ich mal. Ich habe eh nicht genügend Steine. Sink ab. Dann hole ich mir eben. Oh. Mann hat das mich gerade schuld. Und äh. Ja. Dann. Ist die Spinne noch da. Die mich ja so nervt. Dann mache ich die hier. Oh. Boah. Ja komm. Ja jetzt. Kommt sie mir. Komm. Boah. Ist das ein Drecksviel. Oder? Gut. Da hinten. Dann komme ich nicht hin. Weil das Skelett mich abschießen würde. Hier ist eine Mine. Aber eigentlich habe ich im Moment genügend. Und mehr brauche ich jetzt hier nicht. Ähm. Ich melze gerade mal die Sachen hier. Dann. Werde ich mich auch hier vom Acker machen. Äh. Sofern. Ich den Ausgang finde. Oder ich grabe mich glaube ich einfach nach oben. Ist ja. Egal. Entschuldigung. Halt wie gesagt. Immer noch ein bisschen erkältet. Ein bisschen. Angeschlagen. Also äh. Entschuldigung. Wenn ich dann auf einmal so aufhöre zu reden. Da muss ich das dann so unterdrücken. Also ich kann das manchmal auch so ein bisschen unterdrücken. Und ich brauche hier acht dafür. Und aber ansonsten. Es ist schon ein bisschen besser geworden. Da. Da. Tun wir aber fünf. Müsste reichen. Gut. Machen wir uns noch ein. Für. Das. Gold. Gold. Ja. Und dann. Ja. Und dann müssen wir wie gesagt mal nach oben wieder gehen. Ist ja furchtbar. Und ich hab keinen Bock mehr. Man kann ja dann. Es gibt ja eine Falle jetzt neu. Genau das hatte ich noch gesagt. 18, 24, 32. Uh. Ich kann rechnen. Das reicht. So ähm. Ja. Äh. Was wollte ich sagen. Damit kann man dann so ein Stolperdraht. Kann ich euch. Wow. Achso. Das war so ein Mausfehler wieder. Ich bin nämlich gerade irgendwie so gerade ausgegangen. Guck da hat man gesehen. Ah. Mein. Äh. Ich. Also ich hatte gerade meinen Fuß so komisch. Habe ich ja umgedreht. Dann tat das. Naja. Ähm. Ich brauche. Was brauche ich dazu nochmal? Und das glaube ich. Habe ich ja da egal. Das ging glaube ich. So weit ich weiß. So. 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 Hä. Äh. Äh. Ein Momentchen kurz. Das gucke ich mir gerade an. Derweile. Derweile. Äh. So lange mein Internet gerade. Braucht. Weil das. Braucht gerade lang. Hallo. Ähm. Hallo. Oh. Ja bis das oben ist. Kann ich ja noch hier kurz bisschen weitermachen. Ausgang Riesenhöhle. ich könnte auch hingehen ich habe dann zu viel schiss mit den 13 diamanten da irgendwie noch drauf zu gehen und deshalb werde ich einfach nach oben gehen also so leiter keine leiter so eine treppe hoch und jetzt guck mal ja jetzt minecraft wiki bisschen laden laden okay und wo haben wir hier ach holz braucht man da okay man nehme das hier so macht man das und schwuppdiwupp hat man zwei haken faden habe ich auch da perfekt dann kann ich das gerade mal zeigen nein wieso habe ich egal da habe ich noch blöcke aus okay dann noch mal kurz redstone um euch das zu verdeutlichen also nicht dass ihr dumm seid oder so aber egal ich brauche 3 also muss mindestens drei platz ein und ich meine es geht bis 24 feld lang also kann man lang ziehen mit faden einfach so hin und schwuppdiwupp immer hört man ja dieses klicken dann wird hier ein signal erzeugt da das wird dann jetzt ein dispenser oder dynamit ist ja da das beispiel bei minecraft wiki jetzt schon niki sagen das nehme ich wieder mit das auch und dann die diamanten das doch alles naja stimmt die diamanten axt außer verrottes fleisch verbildet das 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 cool habe ich ja alles ach ja jeden noch und level 14 schon jährlich das dauert das dauert noch ein bisschen das macht man so lang ich will hier rum ich müsste mal was essen ja du nervst komm mal her das ist ja schade eins zwei hüpfen und okay sagt lieber zu machen und ich hoffe man hat jetzt nicht mein hund gehört aber ich hoffe man hat jetzt aber ich habe so ein mieses gefühl so na komm schon wie lang braucht ihr noch ja was kann mich so lange machen ich will hier jetzt nicht riskieren so sieht die aus die rüstung beim normalen look also ja wie gesagt habe ich das in der feuerung aufgenommen ich glaube in der feuerung aufnahme also wenn nicht und tschuldigung aber also ich habe wo ich das erst mal mein kopf gespielt habe habe ich nur ein also ein zwei stündchen vielleicht ja noch hinten in diesem texture pack hier gespielt als normalen und dann hatte ich schon ein anderes das war glaube ich nie saß und ja deshalb kann das sein dass ich manche wohl schaffe nicht erkennen und wie sieht es aus das fertig perfekt hat mir auch ein neues level wieder geblieben da noch ein bisschen moment dann kann man hier elf stück noch da rein tun also aber hier das da hier kommen wir mal hin also hier kann man dann schon wieder schöne rohstoffe holen man habe ich dachte ich dachte blöde skelett und schießt auf mich alter wo kommt das denn her ich mache hier lieber auch mal dicht hier so da kann nicht so ok da kann auch nichts da kommen safe ist safe gut danach und wie sieht es jetzt aus mir wollte das fertig hier dauert es noch ein bisschen da auch noch ein bisschen aber das eisenwäsche aber noch ganz ruhig jetzt ganz leise da war was ach spinnen sind da da fällt es noch nicht durch gut ok dann kann hier wieder zu und alle sind ok ist jetzt mal fertig ja jetzt 17 ok fast level äh 18 und ja dann könnt ihr auch mal schreiben wie ihr das findet mit denen ja halt dass man da ep punkte erhaltet ist ich persönlich muss eigentlich sagen ich finde das echt praktisch hier kommt mir dann oder ich gerade mich jetzt also ich die solchen machen da hinten sind blöd ich bin ja ich gehe jetzt so einfach hoch und dann hoffe ich auch mal dass ich nicht auf die höhle treffe ich mache jetzt nur einseitig hoch sehr gut bisher sehr gut bisher eisen scheiße das ist doch blöd ich gehe jetzt einfach so hoch so gehe ich jetzt einfach hoch und ich und ich ähm moment kurz wie lange nehme ich auf okay 20 minuten das reicht jetzt ich hier mache ich mal einen cut ok dann versuche ich mal 20 minuten zu machen ansonsten bei 10er aber äh dass ich auch wenn das geht dann ich werde das nicht so ich denke más nicht so lange lassen das ist ein bisschen blöd naja dann sage ich tsch... mit Ö principalmente bis dann Vielen Dank.